Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir müssen das sofort sehen Lasst mich mit der Dekodierung beginnen Und dann sehen wir sie uns im zweiten Kontrollraum Ja, ja, natürlich Noch ein Alarm? Herrgott, kann man hier nicht mal ungestört arbeiten? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Irgendjemand? Na, ein Fehlalarm jagt den nächsten Verdammte Kräminister Ich weiß nicht, wie ich mich bei dem Lärm konzentrieren soll Freeman! Freeman! Freeman, Sie stehen hier nur rum Machen Sie sich nützlich und finden Sie heraus, was da los ist Ach ja, Gordon Es wäre mir lieb, wenn du dir das mal ansehen könntest Komm zu uns, wenn du fertig bist Freeman! Der Alarm wird die Schutztüren verriegelt haben Sie müssen also durch das untere Ende des Silos Ich öffne die Luke, damit Sie runter können Sobald Sie unten sind, wird Uriah sie ins sekundäre Silo lassen Freeman, worauf warten Sie? Ein Küsschen? Die Sache klärt sich nicht von selbst An alle Mitarbeiter, hier spricht Dr. Magnussen Da die Mitarbeiter des sekundären Silos ihr kleines Krähenproblem nicht selbst lösen können wird sich der allseits beliebte Dr. Freeman darum kümmern Wir freuen uns über seine Hilfe Und ich freue mich auf die Ausflüchte der Mitarbeiter Warum Sie das nicht selbst geschafft haben Danke für Ihr Verständnis Das ist gut, Freeman Dr. Magnussen hat mir aufgetragen, ihn ins sekundäre Silo zu lassen Das sekundäre Silo ist über diesen Weg erreichbar Vom Gottes Willen, warum dauert das so lange Freeman? Ich kann mich bei diesem Lärm nicht konzentrieren Diese gefiederten Teufel sind hartnäckiger als alles was Was ist das? Oh nein, oh Gott, ein Durchbruch, ein Durchbruch Achtung an alle Mitarbeiter Hier spricht Dr. Magnussen Die inklusive Farbe-Fahrzeuge Wir sind dabei, die inklusive Farbe-Fahrzeuge des sekundären Silos Wir sind dabei, die inklusive Farbe-Fahrzeuge des sekundären Silos Wohlgez Der inspirierste Die inklusive Farbe-Fahrzeuge des ekonanzärs Was ist das? Geist! Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020